hallo und herzlich willkommen zu gentian impact ich wollte schon fast subnautica sagen nein subnautica das ist jetzt erstmal wieder vorbei beziehungsweise dauert auch wieder bisschen gibt ja noch below zero was wir spielen könnten und ja kommt dieser aufzug auch mal so ich möchte nämlich jetzt damit ihr mal den plan sieht das hier freischalten den rufpunkt dann gehen wir hier das ende der sünde freischalten wenn das einfach so geht gehen wir hier über die insel den bezirk bere da sollten wir auch schon an zwei daily quests vorbeikommen und ja muss ich mal schauen eventuell gehen wir dann noch hier weiter norden hoch würden dann hier runter teleportieren die daily quest machen damals schauen hier unten das alles freischalten danach da ist ja auch schon die vierte daily quest und dann einen kurzen sprint hier rüber und am ende hier oben freischalten ich glaube nicht dass wir so weit kommen aber ok jedenfalls ja da ist man werde ich mal schauen wie weit das wir gehen können wie viel zeit wir haben ja eigentlich müsste ich ja auf der anderen seite es probieren ich glaube von hier kann ich den gar nicht freischalten oder also dafür müsste ich halt nach oben ja ok ich habe jetzt auch gesehen 4.3 ähm also version 4.3 soll ja bald kommen ach so da kann ich gar nicht hin und die version hat als neuen charakter navia die können wir uns dann endlich holen wobei sie wohl eine dps beziehungsweise sub dps charakterin sein wird gibt es echt keinen weg von da oben hier runter keinen offiziellen muss man springen ähm ja also navia wird wohl geos sub dps charakterin beziehungsweise auch dps bisschen also ja interessant bin ich gespannt ehrlich gesagt ich hätte sie gerne problem ist aber die andere charakter oder in der im zweiten in der zweiten banner hälfte hat hat rein chugun ihre ihren rerun der macht ja eigentlich gar keinen sinn ähm das ist von daher ein problem weil ich rein chugun halt gerne als alternative dps charakterin hätte ich meine klar nur wie led oder auch versley ähm wären auch extrem nice gewesen aber ihr habt ja gesehen wie gut das funktioniert hat ich habe ja wirklich ja 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 ich hätte doch schön hernehmen sollen oder ganyu wobei ich kann die mädels schon verstehen dass die lieber einfach mal ne 90 grad klippe hochlaufen als dass sie mit ihren high heels versuchen hochzuklettern okay da hinten aber ich hätte gern noch die ähm die erze aber wenn man mal hier von hier oben guckt da hinten das ist deutlich weniger detailliert als da die wüste man sieht halt das ist halt wirklich wie so eine wallpaper einfach ja ähm schattenjäger artefakt set erhöht den standard angriff erhöht beim erhöhen oder verringern der aktuellen lebenspunkte die kritischen treffer aber und goldtruppe erhöht den elementar den mit elementar fähigkeiten verursachten schaden und äh noch mehr okay achso äh navia soll auch mit einem neuen ähm mit einer neuen äh ist das schon mit einem neuen artefakt set herauskommen also davon darf man sich da auch schon mal ja fragen was da neu kommen wird aber gibt auch schöneres äh und zwar soll ähm soll in einigen fällen nochmal das interface behandelt werden ähm um das ganze spiel noch besser spielbar zu machen beziehungsweise um einige äh äh ouch um einige ähm um einiges geklicke vorzubeugen ich weiß aber grad nicht mehr genau was da passieren soll ähm auch okay 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 ähm was haben wir denn das böse breitet sich aus äh einfach monster kloppen ja okay das ist besiege die riss primusse okay drei uhrwerk mecker besiegen zerstöre alle seepocken zerstöre alle seepocken äh ne darauf verzichte ich gerne ähm dann würde ich sagen dann würde ich sagen ja verfolgen wir das erstmal ich weiß ich könnte das jetzt auch einfach über die äh indem ich hier weiter erkunde halt äh alles auffüllen aber ne das könnte aber auch sein dass die sich deshalb so halb hier in den berg rein arbeiten weil man die ein bisschen smoother aussehen lassen wollte als noch in mondstadt oder in liwe nur das system ist halt absolut nicht dafür ausgelegt das hat ja schon fast skyrim pferdequalitäten ja wenn ich das hier so sehe ähm das ist wirklich etwas sehr smooth ge geworden da komme ich nämlich gar nicht hoch also zumindest nicht mit shen he na gut kein problem ich habe ja noch die kerle ich habe es Wenn man mal wieder etwas etwas Ausdauer hier bei dem Ganzen braucht. Und ja, im Grunde würden hier jetzt für die Erkundung Venti und Xiao reichen, aber... Ja. Die Gebiete sind auch sehr schnell im Nebel gehüllt, während die von der Wüste nicht ganz so schnell im Nebel versinken. Ist da oben eigentlich irgendwas? Würde ich jetzt mal rausfinden. Ja. 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 Oh, da ist ein Windläufer-Heli-Cool. Oh, da ist ein Windläufer-Heli. Oh, da ist ein Windläufer-Heli. Oh, da ist ein Windläufer-Heli. Wenn man das machen möchte. Hier ist dann wohl noch so der zweite wirklich sehr gute Punkt. Wir hatten ja schon mal einen in der großen Schlucht in Leewell. Ah, hier? Der Adler, der ist ja wirklich nah dran. Oh, da ist ein Windläufer-Heli. 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 Ich bin etwas weniger befriedigt, als wäre da oben jetzt noch irgendwie eine Errungenschaft oder so. Aber, ja, auf der anderen... Ja gut, ich bin weniger befriedigt, weil ich halt runter von meinem Hohen Ross musste. So. Äh, wie sieht das jetzt aus? Ah, wir haben schon zwei. Oh. Ihr wollt mich doch ver... Ich will hier nur rumfliegen. Moment. Moment. Moment, Moment, Moment. Ähm... Nee. Ah. Äh, okay. Aber... Muss ich dann ähm... Da rein in diese Ruine? Das kann natürlich sein. Da werde ich jetzt ganz sicher nicht ausprobieren. Nein? Und auch hier drunter Dann ist das wahrscheinlich doch in dieser glühend heißen Höhle oder wie das heißt, Regenbogenrose Ich kann mich erinnern die hatte ich schon mal hier eingesammelt, aber Ach, da ist auch noch mal ein Adler der so eine Bergspitze umfliegt aber etwas weiter weg Wobei, das ist auch nur ein paar Versuche, wahrscheinlich geht's da sogar schnell, weil man nicht da hoch kraxeln muss Ja, ja das Teil Stimmt, so Viecher waren ja auch hier neu Ach Da muss Ja, ich erinnere mich Man kann hier an einer Stelle ein Luftschiff ähm Ich sag mal, wieder auf Vordermann bringen Das geht wirklich ganz schnell die Quest eigentlich Ähm Und dann macht man mit dem Luftschiff so eine kleine Reise Ja Bemerke einfach nicht, dass du hier klettern sollst Das kommt mir sehr gelegen Okay Okay Das ist so einer der schönsten Aspekte, die ich bei dem Spiel hab Was wir leider sehr lange nicht mehr hatten Nämlich, dass wir einfach mal erkunden Und zwar richtig schön erkunden äh durch verschiedene Biome Also Ich würde halt sagen Das hatten wir seit Inazuma nicht mehr In, äh Sumeru hatten wir das halt gar nicht Da hat Oh Ich weiß, was ich Ich sollte das Eigentlich wohl eher nicht machen Aber Wundersames Flugobjekt Antoine Roger Ein experimentelles Flugobjekt Das liegt die gegenseitige Ähm Ja Das Meinte ich Aber mit der will ich eigentlich jetzt nicht fliegen Ähm Ich will aber den äh verlorenen Hydrocolos Den kriege ich halt nur so Höh Höh At least Good luck Doesn't discriminate by clan Ja Ja Jetzt haben wir schon Drei davon Aber für die Daily Quests scheinen denen echt die Ideen auszugehen wenn es Wenn man jetzt so viel Gekloppe bekommt Oder ist das einfach Ähm Weil ich heute Pech hab Also das ist ja wirklich nix Äh Eigentlich so zum Zeigen Nur Gekloppe Du hast deine Chance Jetzt ist deine Chance Shut her Nett Nett Ah, da oben. Ich lasse mich viel zu sehr ablenken. Wobei ich mich auch frage, was für ein Teil haben die hier eigentlich gekillt, um sowas rauszubekommen. Ähm, das sieht ja aus, als wären das Rippenknochen. Und, ähm, das Teil ist nur um einiges krasser als, ich meine, der Schutzgott von Watazumi Island hieß Oroboros, sowas. Und, äh, ja. Ruindrache, Ruinkolosse. Eine äußere Plattform, die... Ach so, das sind die Rissprimusse. Oh ja. Freeze to the core! Rack and Ruin! Crush! Shudder! Crush! Shudder! Take your true farm! Okay. Achso, ne, da... Achso! 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 So, dann machen wir das noch kaputt. Und... Dann wird hier wahrscheinlich noch irgendwo ein Dritter rum... Da hinten. Sehr nett! So, das ist, was die Welt als Träger bezeichnet. So... Dann würde ich sagen... Hier oben... Das sieht irgendwie aus wie etwas, wo wir nicht hin sollten. Ach, das macht uns doch Umgebungsschaden oder so'n Blödsinn. Und... Und... Ach, Riss-Genie. Und ja, der Plural von Genius ist nicht Genioso oder sowas, sondern eigentlich Genie. Ey! Ich habe ja gesagt, High Heels sind nichts, womit man durch Tavert klettern sollte. Generell, wo man überhaupt nicht mit Klettern gehen sollte. Ich meine, habt ihr schon mal versucht, mit High Heels zu klettern? Okay, wahrscheinlich haben die meisten, die sich meine Videos angucken, nicht mal High Heels hier in ihrem Leben getragen. Hm. Hm. Wee! Wee! Okay. Okay. keine ahnung was auch immer dieses schnellreisesystem bringen soll wenn es dauerhaft bleibt bin ich aber sehr froh darüber einfach weil ich dann irgendwann in tausenden jahren noch mal darüber stolpern würde und mir sage oh das ist ja toll ernsthaft adepti treasuren haben spezielle powers hm was über die mortalen äh ich hätte jetzt nicht erwartet dafür eine luxuriöse truhe zu bekommen absolut nicht ähm aber ich habe noch nicht genug erz okay ähm dann lass noch mal kurz die auf die okay das wäre besser von wenn wir von da aus starten und mal da einmal da ja okay wahrscheinlich auch besser wenn wir von da einfach so rüber fliegen aber da habe ich jetzt kein gut ja du machst mir keinen auf schon jungen so und gliding be faster haha ihr könnt vielleicht fliegen aber ihr könnt nicht gleiten und ja und ja da kann man was freischalten da unten da unten ach das sind fatui die erkennt man ja auch an dem zelt vorher da hinten da dürften auch noch mekkers sein allzu lang möchte ich aber auch nicht mehr machen wir haben jetzt etwa eine halbe stunde wenn ich das richtig sehe wenn ich das richtig sehe ähm ach das hier ist irgend so ein kopf oder so Mela und Leuka du kannst jederzeit auf einen besucher in die stadt kommen wir heißen dich immer willkommen jawohl wenn wir in merusa ja mal langweilig wird treffe ich mich in der stadt übrigens in letzter zeit war der sinnewind recht stark und ich habe dauernd einen kalten nacken was hältst du von schwarz nachts ist das meer schwarz und das prunkte aus melusinen das klingt nicht schlecht aber wenn es nach mir ginge würde ich mich passen zu für blau entscheiden das ist nicht okay okay hee hee ach so das sind gegner das ist ne das ist keine silie oder doch da ist auch noch ne selie oh hatte ich nicht gemeint ich brauche noch erz ah da ist ne krabbe danke danke so viel zu bogenschützen sind nicht gut um äh erz abzubauen ha ha okay das hier ist ne strömung äh ausgang verstehe verstehe zeig mal wo du hin willst raus aus dem wasser ok gehen wir raus aus dem das dürfte ihr selien garten sein wo das dürfte ihr selien garten sein wo ach mensch du depp du oh du kannst nicht einfach an den unmöglichsten orten stehen da findet man dich ja gar nicht hee 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 oh Ach, Mann! Sehr schön. Sollte hier nicht auch der Ort, wo die Melusinen leben, sein? Komm, da gehen wir noch schnell hin. Ich möchte schauen, ob wir da ein paar Melusinen sehen können. Ich weiß, da waren auch einige Mecker. Bin ich ja beim... Doch. Jetzt gleiten wir mal für zwei Sekunden nicht. Und der Junge muss schon Ansprüche stellen. Tiefer? Tiefer. Oh, und zwar sehr viel tiefer. Tiefer. Das Wasser wird mir wehtun. Das weiß ich so schon. Aber ich will wissen, was das ist. Ach so, Moment. Das ist dieser Bosskampf. Kaiser von Feuer und Eisen. Den habe ich noch nie bekämpft. Der König mit der Panzergrabben. Die unzähligen Jahre des Wachstums haben ihn fast alle sämtliche Fontimer-Mutanten überflügeln lassen. Bei seinen hochgewachsenen Hörner geschmolzenen Feuers handelt es sich um Pyro-Organe, mit denen er vorstelligende Elementarangriffe zu entfesseln weiß. Sie dienen außerdem als ausgezeichnete Verteidigung. Bei einigen Angriffen befinden sich seine Hörner geschmolzenen Feuers näher am Boden. Und zwar, dass er sich in der Nähe von Pyro-Organe schmolzen ist, um das von ihnen innerne Pyro-Element zu entfernen. Krass! Die Wahrnehmungen sind gegen uns. Ich gehe rein! Bei Ordnungsdivine! Lass die Wachstum zu mir! Ups Ach du je, was ist das denn für... Ups 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 Ja, ich kann dich verabschieden. Cryo-Incarnate, Transfiguration. Wir werden es aufbauen. Teamwork ist dreamwork. Flood of Frost. Danke für Merse. Racken Ruin. Ja. Ja, das war doch mal ein ganz guter... Ich möchte nicht wissen, wie viel Schaden das Teil macht. Der dürfte einiges an Schaden ziehen. Denke ich mir mal. Hui! Mehr Zeit. Ich kann dich verabschieden. Mehr Zeit. Mehr Zeit. Kampf, aber das ist ja nicht nötig. Und vor allem ähm wenn man ordentlich ausgerüstet wäre, also mit einem ach komm egal, also mit einem äh Sascha und Hydro Charakter in den Kampf gehen würde, dann wäre der sowieso chancenlos. Wobei es keine Schwäche von ihm per se ist äh, sondern einfach diese ganzen Normalo-Gegner oder Normalo-Boss-Gegner, sag ich mal die sind halt alle nicht so stark, die soll man mal schnell farmen können. Ne? Genau, da war die Samala noch ... ... ... ... ... ... oder sollte es noch ein bisschen weiter weg sein dass die heimat der milusine wo ich jetzt aber noch auf jeden fall hingehen möchte das ist hierhin also ich weiß nicht ob ich ich glaube zu kathrin brauche ich euch nicht mitzunehmen diese spielzeitstreckung können wir uns ersparen 25 ok man alt drücken stepp ja wir kriegen sowieso nur vier eine selten weisheit von daher hydro siegel haben wir jetzt aber wieder genug dass wir zu dem runden können also diesmal wirklich sehr schön kommt man hier fast ohne fast ohne nasse füße einfach rüber ja solche kleinigkeiten müssen ja auch mal gelobt werden mehr speed mehr speed ich bin deiner achtung nicht würdig ich bin deiner achtung nicht würdig sehr schön sehr schön und und so und 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 hier dieser gewaltige Turm, den ich schon öfters mal begutachten wollte. Ihr habt es ja gehört. Ist das dann das Gefängnis? Oder ist das auch eine... Oh. Der Ipsismus-Turm ist ein Konzept aus Fontaines antiken Königreich Remuria. Er bezeichnet das Starke selbst, das die Welt regiert, sie bewahrt und zerstört. Dieser Turm wurde vom Narzissenkreuzverein entworfen. Er repräsentiert die Entwicklung der menschlichen Seele und die unergründlichen Geheimnisse der Welt. Der Narzissenkreuzverein geht davon aus, dass die Menschheit sich in einem Kreislauf verbessert. Bisher wurden bereits die Zyklen Hyperborea, Natlantia und Remuria durchlaufen und von dem nächsten Zyklus Crown Aria ist bereits zur Hälfte verendet. Zu beachten ist, dass es sich hierbei lediglich um eine Namensgebung handelt, die der Narzissenkreuzverein auf Basis antiker Dokumente herausgearbeitet hat. Diese Entwicklung bezieht sich auf eine Evolution der Seele und steht in keinem Widerspruch zu den Forschungsergebnissen der Akademie. Der menschliche Geist durchläuft den Verlust des Paradieses, den Sieg über böse Drachen, die Erbssunde und die Taufe und zuletzt die Verlängerung der Freiheit durch die Götter. Und zusätzlich möchten wir den folgenden Damen und Herren für ihre großzügige Unterstützung danken. Sponsoren Frau Herr Eliphas Herr Die meisten Namen wurden gelöscht. Okay. Ich habe schon beim letzten mir gedacht, Remuria klingt verdächtig ähnlich wie Lemuria und hier haben wir eindeutig die Bestätigung. Hyperborea Natlantia von Atlantis und Remuria von Lemuria das sind ähm alles drei äh Kontinente die angenommen wurden aber es so nie gab. Hyperborea also Borea ist ja der Norden Hyperborea ist der nördlichste Norden und ähm war eine war eine Welt von der die äh antiken Griechen ausgingen ähm dass da eine Nation gäbe die äh Apollon geweiht war und ähm wisst ihr was es gibt zu zu allen drei Themenkomplexen ähm Videos von wie heißt er noch ich hab den schon öfters mal empfohlen also es gibt da Videos zu äh wenn ich dran denke verlinke ich sie euch da wird das Ganze sehr genau erklärt ich mein Atlantis haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört ne ähm und Remuria beziehungsweise Lemuria ist ein angenommener Kontinent der im Gegensatz zu Hyperborea und Atlantis nicht aus der antikischen antiken griechischen Mythologie stammt sondern im 19. Jahrhundert ähm erschaffen wurde und zwar äh als man sich fragte oder damals gab es hatte man auf Madagaskar Lemuren entdeckt aber auf dem nahegelegenen Afrika gab es anscheinend keine Lemuren man hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keine ähm Lemuren Überreste gefunden aber in Indien gab es Lemuren und man hatte den die ähm Theorie des Kontinentaltrifts gab es damals noch nicht und so wurde ein ähm neuer Kontinent ähm ja postuliert der aufgrund dieser Diskrepanz wegen den Lemuren weil die Forscher eben deswegen überhaupt erst darauf kam Lemuria genannt Lemuria äh ist aber einfach nur eine Hypothese gewesen ähm die zwar nach dem damaligen Wissen stand als sie herauskam zunächst für sehr plausibel gehalten wurde und sogar Charles Darwin hat das als plausibel betrachtet allerdings so bereits in den nächsten 15 15 Jahren ist ähm Lemuria eigentlich komplett äh ja war das gar nicht mehr zu halten einerseits weil es die ähm einerseits wegen der falschen Theorie der oder Hypothese der unveränderlichen Kontinente äh dagegen sprach aber noch vielmehr weil man später eben in Afrika Lemuren Überreste gefunden hat weil man ähm weil das geologisch nicht sein kann weil der weil das Meer zwischen äh Madagaskar und Indien einfach viel zu tief ist als das da vor nur wenigen Millionen Jahren ein ganzer Kontinent hätte versinken können und noch so einige andere Sachen wirklich sehr interessant wie sich äh die Wissenschaft da äh selbst korrigiert hat alle drei Sachen allerdings findet man ebenfalls äh in der ich sag mal alternativen Wissenschaft und damit denke ich vor allem an Esotorik und äh so ein Blödsinn und ähm was da mit diesen äh mit diesen Kontinenten mit diesen Ländern gemacht wurde das ist äh ich sag euch gerade was Atlantis angeht ihr habt vielleicht schon so einiges so einigen Krimskrams zu Atlantis etwa bei der Yu-Gi-Oh! Serie oder bei Indiana Jones Tales of Atlantis oder ähm Assassin's Creed hatte glaube ich auch mal was mit Atlantis am Hut aber auch ähm ja ach Disney's Atlantis die beiden Filme da ähm habt ihr vielleicht schon so einiges gehört und so ein Kopfschütteln gehabt glaubt mir die Sachen sind alle noch komplett harmlos und absolut realistisch verglichen mit dem was sich einige Esoteriker zusammengesponnen haben ähm Narzissen dass sie darauf eine Anspielung machen ähm grauen Aria wie gesagt keine Ahnung und für Aria A zum zu der Rasse Aria hinüber zu gehen das ist schon ne naja das ist mir schon etwas sehr weit also Hyperborea Atlantia und Remuria das ist ja noch äh ouch das ist ja noch relativ nachvollziehbar wie ich darauf komme aber ansonsten naja ok sieht genauso aus wie eine Truhe von woanders hey was machst du da das ist persönliches Eigentum ah hab ich mir doch gedacht was gut ist so habt ihr noch nie Abenteurer gesehen was für ein Zufall wir sind auch Abenteurerin was treibt ihr denn hier wir suchen nach einem Schatz der vom Liliacruz Forum hinterlassen wurde warum verrätst du ihnen das oh also wir suchen nicht nach einem Schatz der vom Liliacruz Forum hinterlassen wurde Liliacruz Forum ist dann wahrscheinlich der Nassistenkreuz Verein den man hier aber nicht übersetzt hat warum auch immer danke dann wissen wir über die Situation Bescheid Mist auch wenn wir es euch verraten haben waren wir hier und werden uns die Schatz auf jeden Fall vor euch unter den Nagel reißen ja mach dort mal T so sind die also hier hingekommen man 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 ja dabei bedenken windgleiter ist ja das persönliche schiff der reisenden wo auch immer die beiden das her haben wurde auch noch nie erzählt ja egal ach so ne moment moment ich möchte waffen kaufen ja beim letzten mal sind mir ja hier die steine die kondeszenz kristalle ausgegangen spooky kip no apenas no okay ja dann würde ich sagen kann ich jetzt zu katherine und die ganzen sachen mal abgeben und würde mich dann jetzt schon von euch verabschieden ich hoffe ihr hattet spaß mit dieser etwas wilden fahrt durch durch liebe nein durch fontaine und wer keinen spaß hat der erwarte das teil der oratrice mechanique d'analyse cardinal krus zynos fan